Servus, grüß euch! Ja, ich bin heute wieder einmal gaming unterwegs, weil in letzter Zeit habe ich nicht viele Gaming-Videos gemacht und das hat einen guten Grund, wie man im Hintergrund schon sieht, der Grund heißt Zelda Breath of the Wild und Nintendo Switch. Ich habe natürlich nicht viel anderes gespielt, außer Zelda Breath of the Wild und ich habe mir gedacht, ich bin überhaupt nicht weit und genieße das Spiel aber ziemlich und habe mir gedacht, ich mache trotzdem mal ein kurzes Video, einfach nur ein Update-Video, ein Zwischenstands-Video, mal herzuzahlen, wie weit ich schon bin und wie meine Eindrücke zum Spiel sind, also das ist jetzt kein Test und kein Review und das ist meinetwegen ein Let's Play oder ein Let's Update. Ich spiele mit dem Pro Controller, den habe ich mir geleistet und der ist ziemlich geil, aber ich spiele unterwegs auch ziemlich viel direkt auf der Switch und ich muss euch mal sagen, wie cool das ist, ich nehme es jetzt mal aus dem... Ah, ich habe es da jetzt rausgenommen und... Genau! Und da ist das gute Ding, funktioniert meiner Meinung nach extrem geil unterwegs, ich bin bis jetzt wirklich ein sehr großer Fan, das ist ganz was Neues! Nein, ich bin ein großer Freund von der Switch und von dem tragbaren Modus und es ist echt geil unterwegs und im Zug das vollwertige Zelda Breath of the Wild zu zocken und die Switch selbst ist auch eigentlich ein sehr geiles Gerät. Ja, aber egal und das soll es heute nicht gehen, es geht um Zelda, das heißt, ich stecke jetzt wieder in die Docking Station und da bin ich wieder. Ja, gut, jetzt muss ich natürlich die Controller nochmal neu paaren, ja, das geht aber auch sehr easy. So, oder sollte man glauben, genau, passt! Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich Steubleben bin, aber da werden wir einfach mal drauf los spielen, Gerudo Hochebene, Daten laden, genau! Ich werde schauen, dass ich das Ganze so spoilerfrei wie möglich halte. Ich meine, für wen ist das Video gedacht? Das Video ist für alle, die das Spiel schon kennen und einfach mal schauen wollen, wie weit ich schon bin, aber es ist auch für Leute, die das Spiel noch nicht kennen und mal kurz reinschauen wollen, was eigentlich damit auf sich hat und ich werde kurz einfach das ein bisschen herzeigen. Gut, also, ah, das ist schon fast ein bisschen ein Spoiler. Ich habe ein lustiges Gewand an, also das ist story driven und das erste, was ich gemacht habe, das ist einmal die ganze Karte im Spiel. Das konnte man jetzt auch schon spoilermäßig sehen, aber ja, das ist die Karte, die Weltkarte. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Gebiete es insgesamt sind, ich glaube sieben oder acht Gebiete und man muss bei jedem Gebiet so einen Turm finden und rauf klettern, damit man die Karte in dem Gebiet freischaltet und das war eigentlich so meine erste Beschäftigung, dass ich die gemacht habe. Herumlaufen, Türme suchen und einmal die ganze Karte da anlocken. Was wirklich, was man nicht glaubt, wie riesig das Teil ist. Ich meine, da können wir schnell schauen, wie lange ich schon gespielt habe. Da, 35 Stunden oder länger, also er tut das in 5 Stunden Abständen, updaten. Das heißt, wenn ich 40 Stunden erreicht habe, wird das stehe 45 Stunden oder länger. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon bei 39, keine Ahnung. Es ist auch witzig, dass diese Spielzeitsanzeige erst nach zehn Tagen erscheint. Das heißt, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, steht dann zehn Tage lang vor, also es steht dann vor einem Tag zum ersten Mal gespielt, vor fünf Tagen zum ersten Mal gespielt, vor neun Tagen zum ersten Mal gespielt und nach zehn Tagen steht dann die Stundenanzahl, die man schon damit verbracht hat. Das heißt, meine erste große Aufgabe war diese Türme finden. Das hat mich jetzt eh schon mal 35 Stunden gekostet und mit dem Spiel einmal warm werden, weil es macht viele Sachen anders als die Zeltas, die man schon kennt. Zum Beispiel, man hat jetzt ein ziemlich ausgereift, ausgereift ist ein blödes Wort. Exhaustive? Ja, also umfangreich, genau umfangreich war das Wort. Ihr altes Menü, das geht Rüstungen und da habe ich da gerade die eine Rüstung, die vielleicht schon ein bisschen ein Spoiler ist oder werden wir einfach schnell ein bisschen umziehen. Oder ich tue die Kletterhaube aufsetzen und schöne Schuhe anziehen und ja, oder so die Schneestiefel. Ja, es ist ziemlich rollenspielig für ein Zelda, aber es hält sich glücklicherweise in Grenzen. Das heißt, ich habe selbst nicht unbedingt die größte Freude mit extrem viel Studs und Level-Ups und Blah und Dings und stundenlanges Verweilen im Itemmenü, wo man dann die ganzen Zauber einstellen muss. Ich bin lieber einer, der hands-on herumrennt und mit seinem Schwert alles zerschlägt. Das ist da so Mittel, das heißt, es gibt schon Stats, das heißt, die Zahl, die daneben steht. Da neben dem Gewand ist die Stärke und die wird dann zusammen addiert. Das heißt, ich habe jetzt drei Kleidungsstücke an, die jeweils fünf Schadensbegrenzungen haben. Also insgesamt, seht ihr da unten, habe ich die Fans von 15. Dann das Gleiche auch bei den Schildern, bei den Bögen und bei den Schwertern. Ja, ich werde mir jetzt einfach einmal wohin teleportieren, nämlich da, wo ich am wenigsten spoile, nämlich am besten zum großen Plateau, obwohl ich gerade vergessen habe, wo das ist. Genau, das ist ein Test, oder? Warte einmal. Nein, Hyrule-Gebirge. Fuck, ich war schon so lange nicht mehr bei der Anfangsebene, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das ist. Genau, da ist die Anfangsebene, das Plateau. Wenn man einmal bestimmte Punkte gefunden hat, kann man sich dort jederzeit hin teleportieren. Das geht eigentlich recht fix, die Ladezeiten halten sich in Grenzen, das heißt, ich habe sie nicht gestoppt, aber ich werde sie jetzt stoppen und dann einblenden. Das heißt, ihr seht sie jetzt irgendwo da, irgendwo eingeblendet, wie lange die Ladezeit da gerade ist. Und man kann während der Ladezeit Tipps anschauen, die eigentlich immer kontextabhängig sind, das heißt, die Tipps sagen immer recht gut, was gerade. Also das passt immer zur Situation, wo man sich gerade befindet und was man gerade macht, was einem an Tipps angezeigt wird. Das ist ganz praktisch. So, und jetzt bin ich wieder beim Anfangsbereich, das heißt, da im Plateau geht ja das Spiel aus. Und ja, mit dem allerersten Turm bin ich jetzt und die Weizsicht ist auch ziemlich geil, das heißt, inzwischen war ich schon überall. Das heißt, alles was man da sieht, da kann man auch hin marschieren, da kann ich dann auch mit dem Gyro-Sensor vom... Das ist zum Beispiel da so ein Turm, da war ich auch schon, weil der ist jetzt blau, das heißt, der sagt mir, ich habe ihn schon freigeschalten. Der ist da einer von den berühmten Schreinen, da gibt es 120 im ganzen Spiel. Und bei jedem Schreien, das sind so Mini-Dungeons, und bei jedem Schreien unten ist auch so ein Mini-Dungeon. Und bei jedem Schreien kriegt man auch so ein Item, so ein Sammel-Item mehr oder weniger, ein Collectible und das kann man dann gegen Lebensenergie eintauschen. Ja, ich habe noch nicht so viel Herzen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin die meiste Zeit herumgelaufen und habe Türme gesucht und habe Sightseeing gemacht. Weil es ist echt arg, in dem Spiel drin kann man echt Stunden verbringen, ohne irgendwas weiter zu bringen, indem man einfach durch die Gegend läuft. Wie man sieht, jetzt ist es gerade 19.25 Uhr, die Sonne geht gerade unter und Sonnenuntergänge und Aufgänge sind immer eine ziemlich erleidende Geschichte, die schauen immer optisch sehr cool aus. Zur Story möchte ich nicht viel verraten, ist recht interessant gelöst, ist jetzt typisch Zelda nicht die aufwendigste Story, aber ist ganz witzig erzählt und man muss insgesamt vier Dinge erledigen und dann kann man den Endgegner besiegen. Man konnte aber schon am Anfang besiegen, theoretisch kann man wirklich von Anfang an mehr oder weniger direkt zum Endgegner hingehen und den Endgegner bekämpfen, aber man wird zu schwachsehend. Also wenn man da hinten sieht, ist das auch so ein Strahl und insgesamt müssen wir da so vier Strahlen quasi schaffen und dann ist der Endgegner besiegbar. Ja, genau, was kann man hier zeigen? Tagebuch, ja es gibt da die Hauptziele bis ich gegangen bin, das ist ziemlich cool, das allererste, also gleich am Anfang vom Spiel spielt man und nach ungefähr einer halben Stunde oder was bekommt man auf einmal die Hauptquest bis ich gegangen bin, das ist ziemlich schräg. Ja, aber inzwischen bin ich da schon über 30 Stunden weiter. Ja, dann gibt es spezielle Schreine, die sind mit Rätseln verbunden, das heißt da muss man Rätsel lösen, dass sich die freischalten. Nebenaufgaben gibt es auch Dutzende, das sind die üblichen Fetch-Quests, die man meistens auch kennt. Und Erinnerungen ist die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Man findet regelmäßig im Spiel Punkte, wo der Link, er hat natürlich Amnesie, das heißt der Link weiß nicht, was passiert ist in den letzten 100 Jahren, er hat geschlafen und es gibt insgesamt 18 Erinnerungen, die findet man an verschiedenen Punkten und das sind dann kleine Zwischensequenzen, die sogar vertont sind mit Sprachausgabe und so und das ist recht interessant gemacht und die erzählen dann die Geschichte nonlinear quasi. Das heißt, die allererste Erinnerung, die ich gefunden habe, war zum Beispiel, ich glaube, die eine der letzten. Ich glaube, der oder der, das heißt, ich habe eigentlich schon ziemlich fortgeschrittene Erinnerungen gefunden und habe noch gar nicht gewusst, was vorher passiert ist. Man bewegt sich die meiste Zeit auf seinem Parasegel fort, das heißt, das geht mir ziemlich am Anfang und egal, wenn man irgendwo runter springt, kann man mit diesem Segel dann fliegen und je nachdem, wie groß man Ausdauer hat. Ja, also diese Ausdaueranzeige aus Skyward sah das auch wieder zurück, ja, dann hat man einen Bogen und der ist jetzt gerade zerbrochen, weil die Gegenstände sind alle zerbrechlich, das heißt, man kann sich nur eine bestimmte Anzahl oft benutzen und dann zerbrechen. Ja, das ist cool, man findet immer wieder was, das heißt, man kann die Gegner reden und spielen, bin ja noch schlechter als beim spielen ohne reden, genau. Genau, das Kampfsystem ist eigentlich eh Zelda gewohnt, mit der linken Schultertaste tut man die Gegner anvisieren und dann kann man schlagen und entschießen. Genau, das wollte ich machen, mit dem Schwert, mit dem Schild ein bisschen abdecken und es gibt extrem viele Collectibles und man kann eine gewisse Anzahl von Schildern finden. Das, was man da wieder in der Zahl sieht, das ist die Wehrhaftigkeit, also die Stärke quasi, das heißt, das da das Ritterschild ist gerade mein stärkstes, aber ich habe das da gerade benutzt, gerade dieses oder jenes. Einen Bogen kann ich mal nehmen, da sehe ich dann die ganzen Bögen, das sind alles recht schwache Bögen, außer dieser 14er da, den ich gerade benutze und man hat auch verschiedene Pfeile, Feuerpfeil, Eispfeil und nur ein paar weitere. Ja, sind alle über dieses Gewickmenü erreichbar und dann, es gibt keine Herzen mehr, das heißt, man muss jetzt kochen. Und das Kochen funktioniert so, man muss so Kochstellen finden oder man kann es auch selber zusammenbauen und dann geht man ins Menü, drückt X, dann kann man Sachen in die Hand nehmen und ich baue mir da und dann verschiedene Sachen zusammenkochen, wie zum Beispiel, ich baue mir jetzt schnell, was gibt es denn da schnell, ich brauche irgendein Maxi-Ding, Maxi-Rübe, genau, eine Maxi-Rübe und eine Ziegenbutter und was nehmen wir noch? Und eine Eichel, die habe ich jetzt in der Hand, mit denen kann ich jetzt herumlaufen und die kann ich da jetzt platzieren und wenn ich es quasi da rein platziere, dann wird es gekocht. Das dauert immer ein bisschen, aber das kann man auch abbrechen. Genau, und ich habe jetzt ein Maxi-Wildgemüse gekocht, das heißt, eine volle Heilung und vier zusätzliche Herzen bekomme ich. Das heißt, weil das ist jetzt in meinem Menü drin, unter Proviant ist da jetzt das Maxi-Wildgemüse. Das heißt, da kann man sich dann verschiedensten Sachen zusammenbauen und da gibt es ganz viele verschiedene Rezepte, die kann man sich dann da anschauen, was alles drinnen ist und dann nachkochen. Ja, und die größte Neuerung für Zelda ist, dass man eigentlich am Anfang schon die Fähigkeiten kriegt, zum Beispiel Bomben. Da hat man unendlich viel, da hat man ein bisschen einen Cooldown, dann hat man ein Magnetmodul, da sieht man dann so einen Scanmodus und da kann man Metall in den Gegenständen herumbewegen. Und ein Stasismodul gibt es, da könnte ich da drüber gehen, da drüben ist ein Gegenstand, den ich verwenden kann. Fliegen wir mal rüber. Oh, ein Köpfchen. Alles, was ich mache, wird quasi von meiner Ausdaueranzeige abgezogen. Und ja, so, gut, kann ich das mal kurz demonstrieren. Ich habe da jetzt das Stasismodul. Und dann fahre ich schon das Schwert. Was tun wir da? Ich will mein Schwert nämlich nicht kaputt machen, das Gute. Schauen wir mal, ob das mit dem auch geht. Ein bobbling Knochen, ja. Genau, ich habe jetzt da diesen Gegenstand eingefahren und dann kann man er mit kinetischer Energie aufladen. Wenn man drauf hat und dann, wenn die Stasiszeit vorbei ist, dann wird er dann weggeschleudert. Das ist sehr interessant für eine Vielzahl an Rätsel. Das heißt, da kann man, weil da muss man dann Sachen einfrieren und dann in eine Richtung quasi schießen, nachträglich. Da sind die üblichen Anfangsgebungen. Wie gesagt, das alles ist kein Spoiler. Wenn man das Spiel eine Stunde spielt, hat man das alles schon gesehen. Ja, und jetzt zeigen wir noch schnell das Ding her, das Magnetmodul. Da kann man Gegenstände quasi herum bewegen. Ja, das heißt, diese Fähigkeiten hatten wir von Anfang an. Und Eisblöcke kann man auch aus dem Wasser auferstehen lassen. Das ist auch sehr cool. Und das Ganze spielt gerade um diese paar Fähigkeiten, die man mehr oder weniger von Anfang an hat. Spät ein Fotomodul bekommt man natürlich auch. Das ist gar nicht so blöd, weil wenn man irgendwelche Sachen fotografiert, ich habe jetzt leider nichts, das er gerade findet. Hier ist Loot. Zum Beispiel, wenn ich das fotografiere, wird es gleichzeitig auch in eine Datenbank eingefügt. Schau mal, da habe ich mein Album. Im Harul-Datenbank, da gibt es quasi 385 Sachen kann man im ganzen Spiel quasi fotografieren und kann man da drin sammeln. Und das ist gar nicht so unnütz, weil man kann sich dann noch Infos anschauen und man kann es quasi als Suchobjekt einstellen. Das heißt, man hat so eine kleine Funktion, wo man Gegenstände quasi dann, wie ein Radar ist das, und da kann man gezielt noch Gegenstände suchen. Zum Beispiel, wenn man diese Schleichglöckchen da jetzt einstellen, dort als Suchobjekt, würde mir das Radar anzeigen, wenn Schleichglöckchen in der Nähe sind. Ja, Gegenstände, die man loot hat, sind halt zum Kochen da und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, haben wir es, es ist 1 Uhr in der Früh. Das heißt, ich werde jetzt noch schnell, ich werde schnell da nach unten hin teleportieren, weil da unten ist es eigentlich ziemlich cool. Es gibt ein Meer, ein Meer und einen Strand in Zelda, das ist ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob das man in vorherigen Zelda außer bei Link's Awakening und Game Boy eigentlich, ob man da einen Strand gehabt hat. Ich glaube euch nicht, aber egal. Ja, Ausdaueranzeige, Tipps. Und das, was man da rechts oben sieht, ist quasi auch der Fortschritt. Da sieht man auch, dass ich zurzeit gerade eins von diesen Gegenständen habe, wo ich vier brauche, um wieder ein neues Herz zu bekommen. Und die Ladezeiten sind so schnell, dass ich euch das jetzt gar nicht erklären kann. Ja, inzwischen regnet es. Das sieht man rechts unten bei der Karte, ist so diese Wetteranzeige. Das heißt, zurzeit regnet es, aber kurz danach kommt die Sonne wieder. Das heißt, das muss man eigentlich aussitzen, dieses Wetter. Weil, wenn es regnet, hat es gewisse Nachteile, wie zum Beispiel, ich kann nicht gescheit klettern, weil ich abrutsche die ganze Zeit. Ich weiß gerade, ob man auf so Schreine überhaupt drauf klettern kann. Nein, ich glaube da auf die kann man drauf klettern. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt da im Süden, am Meer. Und dadurch, dass es regnet und stürmt, sieht man jetzt gar nicht recht viel von der Umgebung. Aber das Beeindruckende ist, das Spiel ist komplett nahtlos. Das heißt, man kann wirklich herumlaufen und hat nie Ladezeiten. Das ist echt ziemlich geil. Ah, da drüben ist was, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Diese Insel da unten habe ich noch gar nicht besucht. Kokolint Plateau. Oh, Kokolint. Geil. Das passt ja überhaupt nicht dazu. Kokolint. Das ist doch eine... Oh ja, nein, das ist schon die gleiche Timeline. Aber, nein gut, die Timeline partiell ist so eine Geschichte. Ich fliege jetzt einfach einmal zu der Insel und bin gespannt, ob sich das ausgeht. Wahrscheinlich eh nicht, weil meine Ausdaueranzeige vorher aufgibt. Ich habe schon zwei von diesen Ringen, also eineinhalb von diesen Ringen. Jetzt ist der äußere Ring vorbei und jetzt geht der zweite Ring gerade runter. Und ich befürchte, das geht sich nicht aus. Ja, das ist witzig, aber ich habe schon fast 40 Stunden in dem Spiel verbracht und habe gerade wieder irgendwas entdeckt, das ich bis jetzt nicht gekannt habe. Aber ja, ich glaube, das wird jetzt eh nichts, weil ich einfach nicht genug Ausdauer habe. Das heißt, ich werde jetzt dann runter plumpsen und ertrinken. So kurz vor Kokolint, nein, dass mir das noch nie vorher aufgefallen ist. Und ja, nein, sorry, Kokolint kann ich also nicht herzeigen, aber das war jetzt gerade exemplarisch für das Spiel generell. Ja, es gibt so viel zu entdecken und so extrem viel zu machen, dass ich eigentlich, ja, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Deswegen höre ich dann eigentlich schon wieder auf. Weil, wie gesagt, mal Fortschritten, mal ganz kurz, wie weit bin ich? Es gibt vier große Aufgaben, die man erfüllen muss, bevor man in Ganon besiegen kann. Und ich habe eine davon gemacht von diesen Aufgaben und bin gerade mittendrin der zweiten. Aber nachdem ich diese zweite von vier Aufgaben gemacht habe, werde ich wieder weiter auf eine Erkundungstour gehen. Weil, wie gesagt, es gibt ja wirklich genug zu erkunden. Zum Beispiel da bei den Gerudos, also man kennt eh alles. Da oben zum Beispiel der Todesberg. So, wo kommt man noch hingefahren? Da schauen wir noch kurz. Da teleportieren wir noch schnell hin und dann werde ich das Ganze auch schon wieder beenden. Ja, im Prinzip, ich war am Anfang extrem skeptisch, weil ich als alter Zelda-Fan habe natürlich diese Linearität mögen. Also dieses Prinzip, am Anfang sind Sachen noch freigeschaltet. Und man muss neue Gegenstände finden und dass man neue Gebiete freischaltet und so. Und in jedem Dungeon kriegt man tolle neue Waffen und Gegenstände. Das war auch cool. Aber in Breath of the Wild ist es auch auf eine andere Art cool, die auch nicht zu unterschätzen ist. Also es ist ein Open-World-Spiel, das wirklich den Namen alle Ehre macht. Da bin ich jetzt zum Beispiel im winterlichen Gebiet. Da friert der Link, wie man sieht, weil es ist kalt. Da müsste ich mir zum Beispiel ein Gewand anziehen. Das sind zum Beispiel Schneeschuhe und was habe ich da noch? Genau. Und ein Winterwams. Aber es reicht noch immer nicht ganz, weil es da oben so kalt ist. Deswegen müsste ich mir auch da einen Kältetrank besorgen. Mache jetzt aber nicht, weil ich zeige einfach her, wie cool das ist und springe da einfach mit meinem Segel wieder hinunter. Und das, was man da im Hintergrund sieht, ist Schloss Hyrule, wo eben der Ganon, also der Krosentgegner, auf mich wartet. Und ja, da konnte ich eigentlich jetzt direkt drauf hinfliegen. Ja, wie gesagt, 40 Stunden bin ich inzwischen drin im Spiel. Die meisten... Oh, das ist ja super, super, da geht die Sonne auf hinten. Das ist perfekt jetzt für das Ende vom Video. Da fliege ich, da fliege ich jetzt drauf hin, so. Ja, 40 Stunden bin ich drin. Ich glaube mit 40 Stunden, wenn man sich beeilt, hätte man schon durchspielen können. Aber da hätte man einfach viel von dem Spaß einfach nicht gehabt. Viele von meinen Kontakten in der Friendslist sind schon ein paar 80 Stunden weit drüber und haben es da durchgespielt. Das heißt, die Zeit werden wir auch nehmen, weil das nächste Zelda kommt sicher erst in drei, vier Jahren raus. Das heißt, warum jetzt beeilen? Ja, Breath of the Wild, wirklich bis jetzt sehr begeistert davon. Jeden Tag es eigentlich, außer der Link der gerade kann. BAM! Ja! Haha, eigentlich ein perfekter Schluss. Wer das Switch hat, hat sich das Spiel sowieso gekaufen müssen, weil es eh das Einzige Große, was es gerade gibt. Und wie gesagt, das ganze Ding unterwegs spielen ist einfach nur ein Traum. Ja, dann danke fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, ich habe nichts zu sehr gespoilert und euch ein bisschen gezeigt, um was es geht bei dem Spiel. Und ja, die Hasskommentare bitte nach unten, weil ich meine Noobhaftigkeit wieder so unter Beweis gestellt habe. Gut, dann war es das für heute. Ich weiß nicht, wann wieder mal ein Gaming-Video kommt, weil auch Breath of the Wild mich doch noch länger beschäftigen wird und ich eigentlich nebenbei kaum etwas anderes spiele. Ja, passt, dann danke fürs Vorbeischauen und bis demnächst! Ja, passt, dann danke fürs Vorbeischauen und bis demnächst!